Boah, Leute! Heute müssen wir einen Tag lang auf einem Raft überleben! Das ist ein Floß, stimmt's, Braxier? Na gut, los geht's, Braxier! Und vergesst nicht, ein Like und ein Abo da zu lassen! Und falls ihr mal mitspielen wollt, dann müsst ihr in die Kommentare ein lilanes Herz schreiben! Bereit? Ich bin bereit, Braxier! Okay, komm, Odi! Wir müssen hier so viele Blitze wie möglich fangen! Du hast recht, Braxier! Damit werden wir schneller, stimmt? Und unser Fisch schnell! Ich hab Geschenke eingefordert, Braxie! Haha! Oh, stimmt, du hast recht! Ich kann auch Geschenke einfordern, Blödi! Oh, guck mal, Braxier! Wir können uns schon Eier kaufen! Ja, aber ich hab nur sechs Siege! Wie viele Siege hast du? Ich hab auch sechs Siege und wir können uns für einen Sieg ein Ei kaufen! Oder für sieben Siege ein Ei! Ich glaub, ich spare noch meins! Ich auch! Ich mach jetzt ein Rennen! Machst du mit? Ja, aber zuerst mach ich Drehrad! Ich kann zweimal drehen! Du, Odi! Ich dreh gerade, Braxier! Und ich hab bekommen doppelt so viel Glück! Und ich dreh nochmal! Und hab als zweites bekommen... Ähm, doppelte Geschwindigkeit! Was? Oh, jetzt dreh ich auf! Und ich bekomm... OP-Boot! Und du hast wirklich nicht das OP-Boot bekommen, oder? Ich hab das OP-Boot bekommen! Oh, Mann! Weißt du, wie selten das ist, Braxier? Wo kann ich das ausrüsten? Bei Boote natürlich! Wo denn sonst, du Doof-Barts? Aber ich hab's nicht bei Boote! Du musst es bei Boote haben, wenn du das OP hast! Hab ich nicht! Oh, Mann! Ich hab's bekommen! Wirklich! Warte mal, vielleicht hab ich das jetzt... Vielleicht schon! Ich fahr jetzt auch, Braxier! Wo hab ich das bekommen? Du musst klicken, damit du schneller wirst! Ja, aber ich hab's nicht bekommen, Brodie! Doch, du musst das bekommen haben, wenn du das angezeigt hast! Dann hast du's bekommen! Ich weiß nicht, wo das ist! Ich hab's wirklich bekommen! Oh, Mann, Braxier! Ich muss klicken, und dann bin ich wirklich richtig schnell! Ja, ich hab schon elf Siege, und du? Zwölf! Und jetzt dreizehn! Ich glaub, ich komm bis zum Ende mit meinem Boot! Ich stopp das mal! Ich will mein Boot suchen! Ach, ich mach weiter! Ich sag doch, du hast es bekommen, du Doofbarz! Nein, hab ich nicht! Das ist... Ich hab's nicht bekommen! Oh, Mann, ey! Da müssen wir uns das irgendwie erspielen! Ich drehe nochmal! Na gut, was hast du jetzt bekommen? 25 Siege! Ich versteh halt nicht, wo mein Boot ist! Drei Boote muss das sein, Braxier! Oh, ich hab ein Geschenk, Leute! Und nochmal doppelte Siege, Braxier! Ich hab jetzt 24 Siege! Ich kann mir gleich richtig coole Pets kaufen! Ich drehe nochmal, und ich hab nochmal zweimal 15% bekommen! Mann, also das ist jetzt wirklich unfair! Leute, ihr habt das doch gesehen! Ich hab einen Boot bekommen, aber ich weiß nicht, wo es ist! Brauch nicht! Ich hol mir jetzt erstmal Haustiere, Odi! Macht das, Braxier! Ich gewinn hier gerade! Ich fahr jetzt schon richtig weit! Ich hab schon 40 Siege! Aber ich muss schneller werden! Ja, ich hab 42 Siege! Ich hab aufgehört! Ich hol mir jetzt erstmal Eier! Ich hab Affen bekommen! Und einen seltenen Affen! Aber ich find das voll blöd, dass ich mein Dings nicht bekommen hab! Ich hab ein Elefant! Und ich hol mir nochmal eins! Ich glaub, wir können drei Stück haben, oder, Braxier? Noch einen Affen! Auf jeden Fall drei! Und noch einen Affen! So! Ich hab jetzt alle ausgerüstet! Weißt du, was die bringen? Was denn? Die geben alle doppelte Geschwindigkeit, Braxier! Wirklich? Ja! Ich hab schon 600 Speed! 600? Ja! Und jetzt hab ich nochmal 15 Kronen bekommen, wegen Geschenk! Und ich kauf mir jetzt ein neues Boot, Braxier! Ich hab mir schon eins gekauft, aber ich find das voll blöd, Odi! Ich hab mein Boot wirklich bekommen! Das glaub ich dir, aber ich hab jetzt den... Ich hab jetzt den Boba! Können wir schon rüber gehen? Äh... Ja, können wir! Dann sollten wir jetzt hier spielen! Du hast recht, Braxier! Ich hab schon 1000 Geschwindigkeit! Und du? Drehrad! Komm schon, komm schon! OP-Boot! 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 Nö! Ich hab 100 Geschwindigkeit bekommen, Braxier! Können wir ein Rennen machen? Na klar, machen wir ein Rennen! Bist du bereit? Mhm, komm! Ich steh schon hier! Geh schon los! Drei, zwei, eins und... Du wirst mich niemals einholen! Hä? Wo ist mein Boot? Wo bist du? Ich bin schon weg! Oh Mann, ey! Er ist echt schon... Hast du dein OP-Boot, du Lügner? Nein, ich hab mir ein neues Boot gekauft und dann ist er ausgerüstet! Oh Mann, ey! Ich hab meins nicht ausgerüstet, Braxier! Selber Schuld! Guck mal, wie weit hinten du bist, du Blödi! Ich bin richtig weit hinten, das ist voll unfair! Ich brech ab und rüste jetzt mein Boot aus! Wobei, ich kaufe mir das nächste Boot, Braxier! Und zwar Gezeiten-Boot! Das kostet 50 Siege! Ausgerüstet! Und jetzt mach ich nen Rennen und werd alles gewinnen! Meinst du, du kannst mich einholen? Oh, ich bin super schnell! Ich seh dich noch nicht! Vielleicht kannst du mich ja einholen, komm schon! Ich versuch's, Braxier, ich versuch's! Ich fahr so schnell ich kann! Ich muss nämlich so schnell wie möglich klicken! Ich hab schon 139 Siege! 100? Ich hab 139? Ich hol jetzt mein Geschenk ab! Bestimmt, hast du... Mit Geschenk abgeholt? Nee! Hab ich nicht, ich mach Rennstoppen! Ich hab, ähm, 61 Siege, Braxier! 61? Boah, du bist ja richtig gut, Udi! Danke, Braxier, aber du bist besser gerade noch! Ja, passiert, Udi, passiert! Na gut! So, jetzt hol ich mir noch ein Ei! Das muss ich mir auch gleich nochmal holen, oder? Ein schnelleres Boot vielleicht! Ich hab nen Wolf bekommen, der selten ist! Ehrlich? Das ist ja voll unfair! Boah, ich krieg so viel Stärke! Bist du noch am Fahren? Vielleicht kann ich dich einholen! Ja, aber ich hör jetzt auch auf, Braxier! Oh, ich hab schon 25.000 Siege, Udi! Unfair! Warte mal, hier zeigt ein Zeil! Ich hab nur 2000! Komm jetzt, endlich! Ich kauf mir jetzt Eier! Und dann wirst du sehen, Braxier! Wie viele Siege hast du? 190 jetzt nur noch, weil ich mir ein Ei gekauft hab! Siegel! Ich hab nen Seeigel bekommen, oder Segel! Ein Walross! Braxier ist auch ein Walross! Ich bin kein Walross! Doch, Braxier ist ein Walross! Oh, du Blödi, ich bin kein Walross! Doch, bist du! Die geben mal da! Machen wir ein Rennen machen? Klar, machen wir ein Rennen! Sag, wenn du bereit bist! Ich bin bereit, aber du bist noch viel zu gut! Du hast alle Sachen hier aufgesammelt! Hab ich nicht! Doch, hast du! Nein, hab ich nicht, Braxier! Komm, wir machen ein Rennen! Na gut, Braxier, komm schon! Und? Du darfst vor! Warum darf ich denn vor? Okay, ich bin richtig schnell! Okay, tschüss, Odi, wir sehen uns! Tschüss! Hä? Wo bist du? Ich seh dich gar nicht! Ich bin schon vor dir, Odi! Schon ganz weit weg! Oh Mann, ey, das ist so unfair, Braxier! Dass du... Warum? Du schummelst bestimmt mit deinem OP-Boot! Ich hab mir einfach das 100er-Boot geholt! Oh, das ist so unfair! Ist es nicht, Odi! Oh, ich bin am Ende! Oh, das war ja einfach... Ehrlich? Du hast es bis zum Ende geschafft? Und was gibt's am Ende? Nichts, dann bist du wieder am Anfang! Na gut, ich werd das jetzt auch schaffen, Braxier! Ich werd jetzt bis zum Ende fahren! Okay, vielleicht hol ich dich nochmal ein! Einholen, du... War nur Spaß, Odi! Ich kauf mir jetzt das 85er-Boot! Ich glaub, das heißt sogar schnell, Braxier! Das wird super schnell sein! Und Drehrad hab ich auch noch! Vielleicht krieg ich jetzt das OP-Boot! Oh Mann! Mega, Odi, mega! Doppelte Gewinne leider nur! Äh, ich darf auch drehen! Und drehen! Dreh, dreh, dreh! Zweimal Glück? Okay, ich hab Glück bekommen! Das ist gut für Pets, Braxier! Mhm, deswegen öffne ich jetzt auch ein Pad und ausbrüten! Was hast du bekommen? Oh! Ungewöhnlich! Das ist voll schlecht! Ich hab jetzt richtig viel Geschwindigkeit, Braxier! Und schau mal, in die nächste Stage können wir, wenn wir 450 Wins haben! Okay, wie viele Wins hast du? 13! Ach, du Blödi! Warum hast du denn dein ganzes Geld ausgegeben? Mann, weil ich ein schnelleres Boot mir gekauft hab! Oh, Odi! Ich fahr jetzt gleich und dann werde ich die ganzen Punkte sammeln und dann wäre ich besser als du sein! Das will ich sehen, Odi, das will ich sehen! Tschüss, ich geh jetzt! Okay, ich geb dir ein paar Sekunden! Nein, ich lach noch, Mann! Ich hab mein Boot wieder nicht ausgerüstet, Braxier! Aber ich bin super schnell! Okay, warte, ich hol dich ein, Odi! Wir sehen uns! Nein, nein, nein! Du kannst mich nicht einholen! Doch, wir sehen uns! Ich hol dich gleich ein! Nö, kannst du gar nicht mehr! Ich bin schon gleich am Ende! Wirklich? Ja! Da bist du! Ich bin gleich am Ende, Braxier! Da bist du ja! Hallo, Odi! Tschüss, Odi! Mann, du warst gar nicht neben mir, du Lügner! Doch, ich hab dich eingeholt! Nein, warst du nicht! Ich bin schon am Ende! Ich warte hier auf dich! Ich bin auch am Ende! Du bist gar nicht gefahren, du Lügner! Doch, bin ich! Oh, Leute, ihr habt doch gesehen, dass ich gefahren bin! Schreibt es jetzt in die Kommentare, damit Odi mir glaubt! Ich glaub dir nicht! Egal, was du sagst! Odi, ich hab 200.000 Blitze! Warum hast du so viel? Weiß ich nicht! Ich bin einfach der Beste! Du Schummler! Ich schummel nicht! Ich kann gleich rüber! Du bist ein Noob und du schummelst! Haben wir jetzt endlich 450 Siege holen? Ich hol mir jetzt die Siege! Tschüss mit meinem neuen Boot! Wow, ich kann das ja richtig cool lenken! Wow, ich bin super schnell! Siehst du mich, Odi? Siehst du mich? Tschüss, Odi! Ich hab dich nicht gesehen! Mann, bist du so schnell, dass ich dich nicht sehe? Ich hab auf jeden Fall gesehen, Odi! Ich glaub, du bist echt zu schnell für mich, Brixie! Das kann sein! Boah, den hab ich auch eingeholt! Oh! So, zack, zack, zack! Oh, ich hab auch einen eingeholt! Haha, so ein Noob! Und? Oh, jetzt noch einmal, dann hab ich 450 Siege! Herrlich? Ich hab nur 247! Okay, ich warte auf dich! Ist ja nicht schlimm! Ah, Mann, du Blödmann! Was denn? Ich hab nicht mal was gemacht! Du gehst bestimmt schon rüber und sammelst schon die Punkte ein! Nein, ich bin noch am Fahren! Ich glaub dir nicht! Wenn ich! Nö, ich seh dich nicht, deswegen glaub ich dir nicht! Du hast bestimmt das OP-Boot und das ist unsichtbar! Genau! Das OP-Boot ist unsichtbar und du lügst nur! Niemals lügen, Odi! Ich hab den wieder überholt! Das ist ja übel schlecht, Brixie! Ein Rennen noch, dann kann ich, glaub ich, auch rüber! Und los! Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's! Bist du schon drüben? Oh, die bin ich nicht! Was machst du denn? Ich sammle hier weiter Blitze ein! Sag ich doch, du schummelst mit Blitze einsammeln immer! Oh, du bist so schlecht, Odi! Du bist schlecht! Bist du noch am... Bist du noch am... Äh, äh, fahren? Ich muss doch die Kronen sammeln! Oh, die sind ja wirklich... Ich muss doch einmal... Einmal muss ich noch... Hatte gerade jemand einen Unfall auf der Strecke? Ich musste den voll ausweichen, so... Wow, wow! Wie viel brauchten wir nochmal? 450, gell? Mhm, wie viel hast du? Gleich 450! Endlich, Odi, endlich! Ich hab Laber freigeschalten, Brixie! Oh, und jetzt! Jetzt hab ich auch alles! Tschüss, Odi! Gehst du? Nein, ich mach nur noch einmal eine Strecke! Ich geh rein! Tschüss! Haha! Und sammle mir alles schon mal ein! Mach das ruhig, Odi! Ich bin schon bei sieben! Ich auch! Und dann kauf ich mir jetzt hier die neuen Pets und die sind viel stärker als deine und dann wirst du sehen! Mann, ey! Hallo, Odi, du Noob! Du bist ein Noob! Okay, ich hab ein ungewöhnliches... Ein seltenes Lava-Fault hier! Wie cool, Odi! Wie cool! Und nochmal ein seltenes... Ich hab jetzt gute Pets, Brixie! Ja, die geben mir mal sechs! Das soll ich nicht! Geschwindigkeit! Drehrad, Drehrad, Brixie! Ich dreh! Und, 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 und... OP-Mount, OP-Mount! Ich hab'n legendären bekommen! Ach, Mann, du hast echt nur Glück in dem Spiel! Ich nicht! Das ist Skill, Odi! Skill nennt man sowas! Nein, das ist einfach nur... Das ist einfach nur Blödsein! Nein, ist es nicht, Odi! Nimm das sofort zurück! Ich nehm's zurück! Noch ein seltenen! Oh, Odi! Oh, Brixie! Das war's mit dir! Tut mir leid für dich! Das ist unfair! Warum? Ich mach nicht mal was! Deswegen ja! Weil du nix machst, ist das unfair! Ich kauf mir jetzt noch ein Boot! Und dann bist du ein Noob! Ach, stimmt! Ich kann mir auch noch ein Boot kaufen, Brixie! Ich kauf mir das! 240er Boot! Ich kauf mir das für 300! So! Oh, Mann, ey! Jetzt zieh ich los! Vielleicht kauf mir noch ein Pet! Ich zieh zuerst los! Tschüss! Haha! Und los geht's! Oh, ich hab'n Megaschiff! Boah, das ist extrem schnell, Brixie! Okay, vielleicht kann ich dich hier einholen! Warte mal! Boah, ich hab'n Segelschiff, Odi! Ich hab' auch ein Segelschiff, du Noob! Ich hab'n Segelschiff für 300! Tschüss! Oh, Mann, ey! So ein Unfairer! Aber diesmal kommen wir jetzt richtig schnell in die Endzone! Bist du schon durch? Ja, natürlich! Ich bin super schnell! Guck dir mein Boot an! Komm her! Guck dir an! Geh rein! Ich seh' dich irgendwie nicht, wenn du reingehst! Hä? Warum denn? Ich weiß nicht! Bei mir ist da ein Problem! Weil du ein Blödmann bist! Du bist ein Blödmann, du Doofkopf! So, warte! Hast du dir bestimmt das Superboot gekauft! Ich hab' mir das Superboot gekauft! Und du nicht! Wir brauchen tausend Siege! Oh, Mann! Odi, ich hab' ne Frage an dich! Was denn, Brixie? Erinnerst du dich eigentlich noch damals in Minecraft, als wir auf diesem Roth waren? Oh, du hast recht! Das war voll gefährlich! Oh, ich erinnere mich noch, als wär's gestern! Oh, Leute! Aber Brixie hat bestimmt gecheatet! Ich hab' keine Lust mehr! So ein Doofkopf! Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da! Und falls ihr in der nächsten Runde mitspielen wollt, dann müsst ihr jetzt ein lila Herz reinschreiben! Schaut diese Videos hier oben an und checkt Brixie aus! Tschüss!